Es ist eine ganz traurige Geschichte passiert. Vor zwei Tagen. Bäm! Stirbt mein Hund. Oh. 45 Jahre ist er alt geworden. 45. Hast du schon mal einen Hund gesehen, der 45 Jahre alt wird? Ich hab nie mal gewusst, dass es 45 gibt. Natürlich, wir sind im gleichen Krankenhaus geboren, zeitgleich sind wir auf die Welt gekommen. Ich bin gerade dabei, Max, geh mal den Kopf zu rasieren. Dann hörte ich nö, der Hund ist genauso alt wie ich. Lass mich in Ruhe krömen. Das war ja eine andere Zeit damals gewesen. Da sind Tiere, Hunde und alle, die sind in einen Raum geboren worden. Scheißegal. Und jetzt ist er tot. Guck mal. Guck mal. Vielen Dank.